Ja, da stehen die Oldtimer wieder vor der Klassik-Garage in Bocholt. Zwar nur ein knappes Dutzend, genug aber für eine gesellige Ausfahrt an den Niederrhein. Wie die Teilnehmer am besten zum Etappenziel Zanten kommen, da gibt es zuerst eine kleine Einweisung von Klaus Dange. Und nur eine knappe Stunde später stehen die ersten Schätzchen auf dem Marktplatz und warten auf den Rest der Truppe. Die aber lassen auf sich warten, denn ausgerechnet auf der Durchfahrt steht ein Krankenwagen im Einsatz. Zum Glück ist das Problem schnell gelöst und auch die restlichen stoßen dazu. Doch für Wiedersehensfreude ist nur wenig Zeit, denn weiter geht's zum Club-Museum Zanten. Stadtführer Georg Rotnig wartet auch schon und erklärt, was es mit den Holzschuhen auf sich hat und was da so alles drin steckt. Heute zum Beispiel unsere Ausfahrt-Teilnehmer. Und los geht's durch die Zantener Innenstadt. An die Dinger müssen sich die meisten erst einmal bewöhnen. Aber nach einer Zeit geht's dann und weiter. So, die beiden Jungen, die kommen da um die Karone. Klar, dass auch ein groben Bild mit den Oldtimern auf dem Marktplatz her muss. Aber die Club-Tour ist längst nicht vorbei. Denn mit seinen Domküssen über Churchill, die alten Römer, bis zur Nibelungensaga ist Georg Rotnig noch lange nicht am Ende. Dann aber, mit etwas über einer Stunde Verspätung, ist erst einmal Zeit für eine Stärkung im gotischen Haus. Während die Oldtimer hingegen auf dem Marktplatz so manchen Zanten aus der Reserve locken. Dass die Autos hier überhaupt stehen dürfen, ist übrigens eine große Ausnahme. So, und weiter geht's zum Traktorenmuseum Paunhof in Sonsbeck. Mit inzwischen rund zwei Stunden Verspätung. Und so viele Traktoren, die übrigens allesamt betriebsbereit sind, haben etwa Didi Niemann und seine Jungs Felix und Jens wohl noch nie auf einem Haufen gesehen. Während die Niemänner noch schauen, haben sich Decherings schon eingeschnappt und testen, was denn so ein alter Deutz unter der Haube hat. Oh junge� Berg, ja. Oh junge, ja. Oh junge, ja. Hallo. Oh junge, ja. Klar, dass da dann auch die Niemänner mal ran wollen. Und noch eine Runde. Aber auch der schönste Spaß hat mal ein Ende. Denn das nächste Ziel ist dann ein Bauerncafé bei Kalkar. Doch sind Kaffee und Kuchen noch so lecker. Bald werden sie zur Nebensache. Denn ein Gerücht macht die Runde. Gleich nämlich kommen ausgerechnet hier Bochelter Fußpilgerer auf ihrer Wallfahrt nach Kebela vorbei. Und tatsächlich. Klar, dass die da nicht schlecht staunen über die anderen Bochelter mit ihren doch etwas schickereren Fortbewegungsmitteln. So, und auch wenn es danach zum Hotel und am nächsten Tag in die Kalkara Innenstadt ging, unsere Kamera konnte leider nicht mit dabei sein. Interessierte allerdings können nächstes Jahr mit von der Partie sein. Denn dann wird die Tour voraussichtlich wieder im Programm stehen.